Okay, aber so weit so gut. Stadt ist da, Autos sind da, Grafik ist da, keine Ruckler. Ich weiß nicht mehr, was bei mir ist. Sehr gut. Können Sie mir sagen, wo wir gehen können. Auf der Josse. Die Mutter von Randi. Sie denkt, dass er nur weg von Hause ist. Für die Zeit, dass wir die Verabschung zwischen uns bleiben können. Wo ist der Vater von Randi? Es ist ein paar Jahre, seit er sich verabschiedet hat. Gang war. Huh, eine großartige Modell. Josse ist allein mit drei. Aber sie ist so schwer wie die Leather. Tell me about Randi. Was ist ein Kind? Verabschung. Drugs. An und weg von Hause. Das Kind. Kumpel-Kumpel wirklich sieht das beste in dir. Es gibt Leute, die immer finden ihre Weg in die Probleme. Randi ist einer von ihnen. Will ich erzählen, warum wir nicht versuchen, zu finden von Harris? Das ist ein Haus. Und ich wundere, dass er seine Verabschung in seiner Basement hält. Besonders, wir versuchen. Wir wollen, ob wir eine Verbindung mit Harris an Randi. Sehr schwer. Best we can hope for, jetzt. Und jetzt. Nichts? 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 Okay, was hat Johnny zu sagen? Mit viel, okay Liegt hier was auf dem Klo rum was ich gebrauchen kann? Okay, was hat Johnny zu sagen? Okay, was hat Johnny zu sagen? Joss, ich... ich weiß nicht, wie ich das sage, aber... Randy... wurde abdukt. Abdukt? Aber er ist vivo, oder? River! Sag mir, verdammt! Polizei hat den Mann, aber er hat einen Klo, und er ist in einem Klo, und er ist in einem Klo, aber wo ist Randy? Wir schauen, Joss. Hier? Der Argument wird niemand helfen. Er ist meine Kindheit! Du hast keine Platz für mich zu erzählen! Joss... Hör! Wir müssen nachzudenken von Randi. Warum? Um zu finden, was wir können. Ich信 mir, Joss. Aber nicht nötig nichts! Randy du nicht magst, wenn jemand jemand puckst für seine Sachen. Wir gehen, V. Die Kinder spielen draußen. Sie sagen, es ist Zeit zu essen. Was ist auf deinem Kopf? Ich glaube, alle Frauen in deinem Leben haben... Charakter. Das ist der Trailer. Ehe für die Details. Uncle River! Monique. Dorian. Hey, Leute. Ist das deine Freundin? Just eine Freundin. Willst du nachzudenken? Wir sehen uns. Ihre Mutter ist wunderschön für dich. Das ist deinem Gefühl. Randy hat schnell gearbeitet, als ich ihn einen neuen Nehmen kaufte. Ein wirkliches Zügel. Wie in meine Sevier�agen. Wir spüren, und werden wir die Träbe. Locked. Know where the key might be? Nope. Angellte TX? Randy hat the scratch for this? You're joking. Dankeschön, Overlord. Ich habe ihn ein Album jedes Jahr für seine B-Day. Komm schon, Vi. Ich habe ein bisschen Kuss hier, ein bisschen Fossil. Nicht ganz was wir schauen, nein. Ein bisschen Spiel hier, ein Kuss auf dem Kuss. So, aber was war denn das Passwort? Da ist ja noch irgendwas zum Scannen, oder? Ah, nein. Habe ich doch jetzt schon geguckt. Grüß dich, Botsofuck. Der Bot hat dich geschaut. Das dauert jetzt schon, deswegen sage ich mal Hallo. Habe ich doch eben schon aufgesammelt. Egal. B-Randy looks like his tag. Mhm. Tja. Vielleicht suchst du auch mal anstatt immer nur zum Merk. Warum muss ich hier immer hundertmal den scheiß Schlüssel aufsammeln? Irgendwas bugt hier. Ah, es scheint wenigstens irgendwie alles zu laufen. Das ist schon mal positiv. Ich will den nicht anschalten. Ich will den nicht anschalten. Was habe ich denn hier noch? Was habe ich mir noch nicht angesehen hier in der Wohnung? Ich will noch irgendwas scannen. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Schlüssel habe ich ja schon da. Da war dieses Game drin und das hat ja auch nichts genutzt. Hacken kann ich das Ding leider nicht, weil meine... Aber hier, was sind wir denn hier doch noch überall oder ist das vielleicht außerhalb? Also, ne. Ich muss also drinnen bleiben, okay. Ah, hier ist eine Gitarre. Jackie Esteves, was will denn der? Ey, ich habe den nur von einem Kapitan bekommen. Danke für all den Hilfen mit dem Auto. Hör mal, da wäre noch was. Ich komme so schnell nicht zurück nach NC und müsste einen Traumwagen zurücklassen. Wäre echt ein Jammer, wenn er einsam und alleine in der Garage sitzt und Staub und Rost sammelt. Ist ein Quadra Turbo R und der gehört jetzt dir. Ah, stimmt, das habe ich schon mal, den habe ich schon mal gekriegt. Ich habe mich gewundert. Ich dachte noch mal nach dem letzten Mal, äh, irgendwie, äh, als ich den neulich da zurückgefahren habe und den Typen da traf, der die Stadt verlassen musste, äh, dachte ich, hat der mir nicht im letzten Run ein Auto geschenkt? Ja, ich bin ja dabei. Ich weiß nicht, was das Passwort ist. Oh, Liberum Arbitrion. Dark shit. Sound could use warp, but you can tell they put blood, sweat and tears into it. Hahahaha. Okay, ist es vielleicht der Songtitel? Ja, shit. Ich wollte nur, weil mir normal das Musikanschalten nichts bringt, äh, weil ich ja über den Streamer-Mode die, ähm, geschützte Musik ausgeschaltet habe. Deswegen dachte ich, ja, dann schalte ich halt eben den Plattenspieler ein, aber ich höre nichts. Aber das hier war wohl für die Quest. Ach ja, das war die, ich weiß nochmal, das ist dieses kranke Video, das da mitgeschickt ist. Ich glaube, da machen wir nachher auch noch so'n, so'n Brandon's, äh, Scan davon, ne? Ich habe ja noch so'n, 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 so'n. Ich habe herauslegstora over Randy's Identity. Ich habe ihn die Eile als ein Present. Derjenige du in der Schnauze? Die gleiche. Die Schiempfe ich Sieg, sie haben sie aus der Badlands geplant. Dieser Mann hat Randy gebeten wie ein Pro. River, hast du... ... hast du gesehen, was ich gesehen? Nein, keine Chance. Warum würde er das tun? Nicht nur die Verkürzung zu treffen, Aber es sieht, dass Randi so glücklich wie ein Kind auf dem Weg zu einem Thema Park war. Fuck. Diese Verrückte definitiv schrampft Randi's head. Natalie muss nur die einzige Person, die Randi glaubte. Können wir diese Seite mit einem Link sehen? Das ist ein Engel von Empathie, dieser Mann, oder? Ein Kind von Link. Das, was Randi geschrieben hat? Wir wissen. Eine Schriftung von Anthony Harris. Oh Gott. Ich werde mich krank. Das war ein Bild hier. Es sieht aus, aber... der Name ist noch da. Der Name? Der Video-File auf Randi auf Randi heißt, etwas wie das? Hey, schau mal. Der Name dieser Karteum matcht das Missing-File auf der Seite von Harris. Das ist das, was wir mussten finden für Yawin. Vy, wir haben es. Randi muss es downloadiert. Natürlich. Aber Vy, du verstehst du es? Das könnte die Schlage zu Harris. Die Augen öffnen. Hey, äh... Kannst du eine Art Netrunner-Magic benutzen, um etwas anderes auszunehmen? Das ist sehr gut. Das ist das, was wir uns in der Zukunft. Die Augen öffnen. Das ist das, was wir uns in der Erklärung. Das ist das. Das ist das, was wir uns in der Schule. Oder wir uns in der Schule. Und das an denaire Szenen, das ist das... das ist das, was wir uns in der Schule. Nee, kann ich nicht. Shit. Und... Komm schon, wir holen einen Bisschen. Hör, nicht mehr Angst, Joss, als wir brauchen. Wir sind auf der Straße, wir wissen mehr morgen. Das ist es. Doreen, bitte. Aber es schmeckt wirklich wie boogers. Joss, wir sind fertig. Alles fertig. Wir gehen zum Bett, dann. Wir haben einen für dich, Uncle River. Danke, Monique. Wir haben einen Tag in den Augen. Sag mir, du hast etwas gefunden. Ansonsten, Randy, die seinen Schauspieler kennen. Sie waren in Kontakt. Warum würde er so etwas tun? Du weißt, dass ihn. Kinder. Wir suchen Hilfe in die falsch platsen. Wenn's the last time you ate? Yesterday. Have mine. I'm not hungry. Thanks. Maybe later. River, tell me, and be honest. Will you find him? River's a hell of an investigator. Randy's good is found. Won't give up until I do, Joss. Joss, you mind if he takes Randy's trailer for the night? No. Sure. Staying, right? You gotta help me see this through. To the end. Of course I'll stay. Find your way all right? Yep. Gonna go hit the sack soon. Can't be easy raising three kids on your own. Well, it wasn't any easier with my husband. In fact, the best days were when he didn't come home. Der irgendwie in der Gang war. Der ist das... Der hat alles auch nicht einfacher gemacht, ne? Not bad, huh? His bike in the highway. That was his world. But at home... Let me tell you a story. This one time he took Dorian into the city. Had some errand to run, just father and son. He came back that night, deadass drunk. Raging at me for calling the cops on him. Did you? River found him in some dive and brought Dorian home. Must have been a relief then, when he left. For weeks, I cried every night. My husband was killed. The father of my children. I'm sorry. Randy changed. He locked up. Not to mention the other two I still had to raise. Life was rough with him and without him. Sometimes there's no solution. How'd he die? The Aldecaldos told me he died an honorable death. Whatever the hell that means. They showed me his body. Where his face used to be. Couldn't see the honor in that. Let's, uh, change this subject. Hang in there, Joss. V, wake up. Not done sleeping. Yowin called. It worked. The cartoon. He's dreaming. You got the BD? Right here. Slot it in. Jack into the computer. I want to see it on the monitor. That doc of yours is quick. Not bad. What's the matter with you, Anthony? I have to report this. I hope you understand that. This isn't normal behavior. Anthony, you killed Liam's turtle. He was sick. He wouldn't eat, stayed in his shell. I just wanted to help him. By injecting him with HGH? What were you thinking? Is this something your father taught you? Good people took you in. Extended their trust. This is how you repay them? Your friend died. I understand. But that is no excuse. Fuck you. Okay. What did you just say? Okay. I've had enough. Principal's gonna hear about this. Your foster parents too. I see. Like father, like son. Don't you dare talk about my dad. That's right, you little shit. I know it all. Farm failed. Dad put a bullet in his head. Shut up, shut up, shut up, shut up. You can't talk about my dad. You, you prick. You, you can't. You, you can't. He, he was sick. Weak. I just wanted to help him. What the fuck? Ich habe das zwar schon mal gesehen, aber das habe ich jetzt vergessen. Ich habe das zwar schon mal gesehen, aber das war schon mal gesehen. Ich habe das zwar schon mal gesehen, aber das war schon mal gesehen, aber das war schon mal gesehen. Oh, I recognize this shooting. Es war ein Studium in der Akademie. Gib mir einen Moment um zu checken, welcher Schule das war. Laguna Bend. Oh, sieht aus wie die ganze Stadt flog in den 50ern. Well, zumindest wissen wir die General Area, wo Harris lebte. Ich glaube, das wäre das. Okay, ich dachte mal von vorne sehen, kriegen wir vielleicht noch was. Oh, das ist zwei. Ich sehe, mein Vater und mein Sohn. Uh. Hallo? Du verlässt die Signalreichweite. Ja, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ah, okay, da. Alles klar. Alles klar. Ja. Trophie. Olden. Dating from 2042, first place in an intrascholastic wrestling tournament. Möhm. Oh, Möhm. Dating dem von ca. Wする. Sohn, ja. Das Band. Was ist das. Ich weiß. Das arbeitet, du bist. Ich weiß, das alles. Entnerst, Bieter. Die Kerche委, die Feuer sacredet. Die Kerche in seiner Kopf zu werden. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Sie kann nicht sagen, meine Vater. Sie, Sie sind falsch! Sie können! Was ist das? Tony, komm her! Ja, ja! Du vergessen? Ich habe dir eine Frage. Ich... Ich weiß nicht. Choline, ich bin auf den I-9-Level. Ich weiß nicht. Um... Too low? Du solltest zu checken vor der Schule. Was hast du dir für dich selbst gesagt? Die Kau wird sterben wegen dir. Sie werden sie töten wie du deine Mutter hast. Ich... Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Nur auf die Hormone. Und... Und... Das verdammelige Karten! Wie viele Mal habe ich dir nicht zu lassen? Hm? Halte der Tag habe ich versucht, zu verabschieden. Turn that shit off. Ah, das ist unser Karten. Tony wirklich ließ es. Ich glaube, das wäre das. Ich glaube, das ist unser Karten. 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 Okay, was haben wir hier? Ich glaube, das ist unser Karten. 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 Ich verstehe mich dort hinten. Scheiße, das ist unser Karten... ...er Stimulant, Hormonien, oder was wir haben. Das ist unsere Karten. Das war's. Ich glaube, dann haben wir genug, ne? Schöne auf die Spiel, die Randy von Harris hat, kam zu den Badlands. Die Stärken auf den NCFD sind aus der Süden Regionen. Die Farbe sind eine Petrochem-Designung, also das der Leute ausbüren. Das wird die Farbe auf die Farbe auf die Edgewood. Das muss uns sein. Also, wir haben es. Ich hoffe, wir haben es nicht aufzuhalten. Komm schon, wir müssen gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, ja, genau. Daran erinnere ich mich nochmal. Hier waren sehr, sehr viele Minen. Und Selbstschussanlagen und so weiter und so fort. So, das speichern wir hier mal. Okay, da hinten sind die... Okay. Gucken wir mal, dass wir an den Minen vorbeilaufen können. Haben wir hier was? Man kann das Sicherheitssystem auch irgendwie ganz abschalten, glaube ich. Aber erst, wenn wir drin sind. Oh, da hinten sind auch noch. Oh, da hinten sind wir mal. Ich glaube das war oben irgendwo. Da war unter irgendeinem Schreibtisch, war glaube ich ein Schalter genau hier. Ich glaube das war oben. Das war's für heute. Okay. Wieso get down? Das ist doch alles. Spinnst du oder was? Komm hier, schnell! Oh, scheiße. Es ist zu lange für dieses Mal. Spinnst du, gut. Warte mal ein bisschen länger. Er ist hier. RANDY! Er liegt dort. Wir haben es geschafft. V, die Maschinen. Wir können nicht mit RANDY auslösen. RANDY! 10.52 Uhr. Ich sage, ich habe einen 10.52 Uhr, in der Mitte der Stadt. Ja, und den Mannschaften! Ja, wir haben die Koordnungen jetzt. Nein, mehrere, zumindest. Mach es schnell! Ja, und warte für automatisierte Defensoren. Sie sind substanziell. Äh... Hier komme ich raus. Okay, all disconnected. Check the others. Could still be alive. Right. Musik Whoa, whoa, whoa. Sie sind besser geworden. Jetzt bin ich ein paar Tage. Ich bin mit Brandy. Es ist okay. Jaja, ich komm ja. Ich muss erst mal den anderen helfen. Ich guck mal, drückst du oder ziehst du? Ich wollte gerade nicht so ausgehen, als würde River runterdrücken anstatt zu ziehen. Ich bin nicht so ausgehen. Ich bin nicht so ausgehen. Ich bin nicht so ausgehen. Wir haben es geschafft, River. Ja, wir haben es geschafft. Aber ich werde nicht so ausgehen. Ich bin 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 nicht so ausgehen. Ganz genau. Ich schweige die Leben aus ihm mit meinen Händen. Ich bin ein grosser Fisch muss. Ich weiß nicht, dass er sich nicht mehr verletzt hat. Reiner, komm mal, Mann. Das wird nichts ändern. Anthony Harris ist ein schreckliches Kuch, mit einem Respirator gehalten. Für wie lange? Er muss sich nicht mehr sterben. Das ist die einzige Art, ich werde sicher. Stopp. Wer will deine Leben weg, um eine Revenge auf ein Blatt zu verletzten? Ich weiß nicht. Nein, vielleicht bist du recht, aber es macht mich verrückt, nicht zu tun. In Wahrheit, hast du ziemlich viel zu tun, River. Joss, Randy, die Kinder, sie brauchen dich jetzt mehr als immer. Ja, nein, bist du recht. Lass uns um, Harris. Lass uns einen Tag an auseinander. Aber erst erst. Als deine頭 wieder aufsicht, gib mir ein Schrauss. Wir sprechen. Ja, ich muss ein wenig Zeit für mich jetzt. Aber dann werde ich dich. Ich will. Hey, wir sind bereit für die Vek. Bist du mit oder nicht? Wirklich, Vy, danke. Ich könnte es nicht ohne dich. Keine Probleme. Ich würde sagen, kann ich jetzt gehen? Okay. Ja. Äh. Wie komme ich denn hier weg? Nein. Okay. Aber wie komme ich auch durch den, äh, vom Zaun weg? Ah, da. Ich meine, wie komme ich durch den Zaun durch? Aber wir gehen noch unser Auto abholen. Da kannst du in die möglichst grüßchen. Du kannst nicht mehr, wenn ich denn nicht mehr weg bin. Geiler Schlitten gehen. Zum Glück hat die Schräfte. Oh nein. Da wir die Grippe nehmen. Der Schräfte hier ist. Ah, nein. Er ist der Zug. Ich dachte. Ich dachte nicht, dass das hier schon eine Straße ist. Ja, nicht zu schnell, sonst. Der schwimmt hier total, ne? Ich hätte einen anderen rufen sollen. Ich hätte einen von den Nomad Cars holen sollen. Die fahren hier ein bisschen besser. Aber da vorne müsste nochmal eine normale Straße sein, ne? Die fahren hier ein bisschen besser. Die fahren hier ein bisschen besser. Joa, nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch, äh? Als Collectable, war das jetzt, hat mich gerade, hat mich irgendwie gerade aus dem Game rausgetappt. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal probieren soll, da war ich irgendwie zu low für. Ja gut, mit Pen M kann ich mich auch nochmal treffen. Wir fahren zu dem mal nochmal hin und gucken, ob wir das endlich abschließen können. Oder ob das, oh shit, ob das immer noch backt. Können wir als neue Autoprobe fahren. Ohohoho, das war knapp. 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 Gerade weil ich auf den Rechner geguckt habe. Ob alles in Ordnung läuft. Sorry. Frontal drauf gefahren. Und Abfahrt verpasst. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Untertitelung des ZDF, 2020 Ne, immer noch, der steckt immer noch fest und wir können hier nichts tun. Er ist jetzt auch für die Main Quest irrelevant mehr, weil wir brauchen den Kampf jetzt nicht mehr. Ich habe den anderen ja gewonnen, das hat für die Qualifikation ja gereicht und ich hätte nur gerne geguckt, ob hier noch was abfällt. Aber sind bei den unentdeckten Nebenmissionen noch irgendwelche hier übrig? Spice Auto Team? Ne, das machen wir mal anders. Ja, gehen wir hier mal hin. Obwohl wir noch nicht wissen, was auf uns zukommt. Was ist los? Oh mein Gott! Oh, kacke. Oh, kacke. Okay, die Mission erinnere ich mich nicht. Oh, kacke. 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 Ach, wem soll ich denn mal schreiben? El Capitan, okay. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Okay. 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 Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke, kacke. Oh, 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 smutner. Ok, Monten. Oh. Oh, kacke. Oh, kacke. ői. Sie sind wirklich stolz, dass deine Freundin mit dem Zetatech teilzunehmen? Schau, ich weiß, was du denkst. Die Korpsen uns exploieren. Sie werden uns in die Schläge... Das ist was die Leute sagen, nicht wahr? Na, ach ach, was? Sie nie müssen immer über die Zettatech auf die Karte. Ich und Shana nehmen was wir können. Sie ist wahrscheinlich auf Neurostems. Du bist nicht schrecklich? Hey, du kannst nicht alles haben. Und wenn wir das gemacht haben, niemand wird auf die Karte und machen was. Na, wenn du so sagst. Das ist vorbei. Du bist okay? Wer? Ich? Ich kann nicht besser sein. Wir sprechen alle und keine Aktion. Vielleicht sie müssen gehen und ein Job. Die Parasite. Na, zumindest Shana kann auf unsere Job. Nein. Niemand in der Familie ist so großartig als sie. Auf jeden Fall. Stopp bei, wenn du da bist. Ich gebe dir ein schönes Entschuldigung für dich. Will do, Boss. Danke. Danke. Oops, ah, da war zu viel. Oh, zieht der nach innen? 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 Oh, ich weiß nicht, in dem Playthrough wahrscheinlich nicht, aber irgendwann mal war ich hier. Was habt ihr hier zu liegen? Ach, da ist das mit dem Mönch. Okay. 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 ohne dich, oder die anderen Elementen. Um... Hallo? Hallo? Nice vanishing trick. Okay. Haben wir irgendwo noch so ein... Ich weiß, dass das sind mehrere... Den treffen wir an verschiedenen Stellen nochmal. Okay, gucken wir, ob wir das hier vielleicht hinkriegen. Da bin ich zwar schonmal brutal daran gescheitert, aber vielleicht klappt es ja jetzt. Mal gucken, ob ich zur Straße hinkomme und mir ein Auto rufen kann. Aber... Äh... Nicht das, dass ich... Gerade fahre. Da müssen wir glaube ich in die Wüste raus und... Ist eins von den anderen besser. Ok. ... Wie... ... ... ... ... So, das nehmen wir eins von den Nomad Cars, glaube ich. Hey, hey, bleibchen, bleibchen, bleibchen. Oh, ich habe gerade den auf dem Bürgersteig Angst gemacht. Oh, ich habe gerade den Weg. Oh, ich habe gerade den Weg. Was ist das? Wollte er mich nicht auffahren lassen. Wollte er mich nicht auffahren. Ich habe gerade erschrocken, mir hat irgendwas geknackt. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Können wir den neuen Shotgun mal testen? Ich glaube, ich gehe da hin wild Granaten schmeißend und alles. Na gut, auf die Entfernung. Shit. Ja, hat nichts gebracht. Shit. Weil ich sonst immer so aus der Entfernung probiert habe, dachte ich, oh, läuft es jetzt diesmal direkt drauf zu. Wollen wir mal quer durch. Wir gucken mal, ob ich ein paar überfahren kann vielleicht, um die Herde schon mal auszudünnen. Das war doch diese... Okay, hier ist noch. Ich habe gehört, dass du an der Kurve unter Martinis suchst. Du hast sie gefunden. Ich bin Falk, was willst du wissen? Ich habe ein Spiel gefunden, weiß nicht, wer den aufgenommen hat. Aber Martinis' Name kam vor, er wollte mehr herausfinden. Wir sind nicht mehr im Geschäft, so weit aus dem Rampenlicht, dass es hier dunkel ist, wie Billigster Scope Café. Egal, was du gehört hast, die Vergangenheit ist vorbei und wir wollen sie nicht ausgraben. Wir haben auch mal in deiner rumgewühlt, wie? Ja. Die Söldnerin, die aus dem Nichts kam und Night City im Sturm gehobert hat und bei deinen Herstrickungen mit Arasaka... Na, Arasaka. Du und David, ihr habt mehr gemeinsam, als du denkst. Also ich bin mir sicher, du könntest uns finden, wenn du dir Mühe gibst, deshalb wollte ich mich zuerst melden. Und dir zu sagen, dass es die Mühe nicht wert ist. Unsere 15 Minuten Rampenlicht sind vorbei. Aber dir bleibt noch etwas Zeit. Ich hab was Nettes für dich bei El Capitan hinterlegt. Pass da draußen auf dich auf, wie? Okay. Wir kriegen was. Ja, wie gesagt, gucken wir mal, ob wir vielleicht ein paar gerade umholzen können. Looks like we got company. Uh oh. Shit. Oh, kacke. So weit treffen die mich oder was? Ja, der hat jetzt glaube ich auch nicht viel gebracht. Hä? Neutralisiere alle Gegner. Sieben. Und sieben sind es. Und einen habe ich nur geschafft. Ja, ich würde ja gerne wissen... Ich glaube, ach shit. Ich glaube, ach shit. Scheiße. Scheiße. Äh. Wie? Ah, dreck, 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 dreck. Ja. Tschüss. Oke. Wie? Mhm. Mhm. Das war's für heute. Ich fange halt eben mit so vielen Streit an, dass mir das leider nix nutzt. Das ist schon. Das war's für heute. Das war's für heute. Dafür, dass die, dass die irgendwie 1600 Schaden machen soll, die Schrotflinte. Bringt die herzlich wenig, oder? Ja 1700. Die stand jetzt direkt vor dem. Das hätte ich noch wegholzen müssen. Okay. 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 Ist das die, die ausgerüstet ist? Okay. Okay. Aber ja, suchen wir uns mal noch einen anderen Nebenquest. Das bringt jetzt hier leider nix. Irgendwie... Irgendwie stelle ich mich hier... Dann brauchen wir unser Geschenk ab. Irgendwie muss ich mir auch mal was gucken mit diesem Elektroschaden. Der trifft mich immer ziemlich brutal. Oh. Bin schon dran vorbei. Ah ne. Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Ich hab aber irgendwie die Ausfahrt verpasst, weil ich wieder vom Bildschirm weggeguckt hab. Ja, das habe ich schon dreimal probiert, glaube ich. Es will mir einfach nicht gelingen, die... Ich hab schon aus den fernen Scharfschüssingen wieder probiert. Das funktioniert auch irgendwie. Aber die machen mir so viel Schaden. Vor allem auch sehr, sehr viele kritische Treffer. Das zeigt schon gut. Und irgendwie so im Nahkampf schaffe ich es auch nicht. Ich dachte schon, vielleicht sind sie halt, wenn ich ja auf sie zugehe, nicht so stark. Die wirklich ihre Stärken im Fernkampf haben. Hallo. Warum längst du nicht? す muss ich nicht. Không! Kür secrest du nicht. Nicht so aktuell sind die Fl�ode入entw? Hast du nicht aus dem Flugzeug? Das stimmt nicht, als ob der Fl Marines. Abspannat- Hey wie, ich gehe in dem Krankenhaus besuchen und ich würde gerne ein Geschenk mitbringen. Ich gehe den, ich weiß nicht was der Neffe. Kaufen die irgendwie welche. So, was hast du für mich? Davids Jacke. Ach Gott, was ist das für eine Kiste? Ja, Ripperdog kann ich ja vergessen, ist wirklich nur das Delman-Ding hier übrig, Full und Hill. Das ist glaube ich das mit dem Prediger. Ich würde gerne mal so ein bisschen Kohle noch verdienen, damit ich noch ein Auto kaufen kann. Aber ich glaube hier gibt es nicht mehr so viel zum verdienen. Ich habe die ganzen Aufträge und so weiter gemacht. Muss jetzt entweder warten bis mein Street Credit steigt. Aber ja, das hier ist so das letzte was noch übrig ist. Da muss ich halt eben gucken, wie ich das schaffe. Ich weiß nicht, das mit Pen-M dauert mir zu lange. Machen wir das Delman-Ding. Ich wollte es erwarten bis ich da mehr geskillt bin. Weil da gibt es glaube ich am Schluss noch irgendwie was, wo man hacken kann. Um da eine Lösung für die Mission zu finden. Aber so wie ich sehe mit meinen Skillen, das geht so langsam. Da komme ich irgendwie nicht wirklich voran. Also kann ich es auch jetzt machen. Da sind wir noch nicht. Ich kriege diese Musik an. Wenn ich die Schraumpfung komme, habe ich auch nicht zu. Wenn ich nicht in die Schraubung komme, habe ich mich die Schraubung zu haben. Ich bin ich dabei mit den Schraubung zum Beispiel. Ich mache die Schraubung zu. Und euer so. Aber ich sage das Wasser noch nicht, soll ich mich zu. Und es geht so, dass ich mir jetzt nicht mehr reflekt. Ich habe das Wasser. Ich konnte darüber nachdenken. Ich kann das Wasser machstinflusst. Aber ich wird das Wasser nicht mehr. Man kann das Wasser nicht mehr geben. Dabei den Wind-Ding hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Uh, ich dachte die können nicht umfahren, diese Absperrung, aber ne, die sind sehr solide. Die Absperrung des ZDF, 2020 Hello, Miss. Ah, aber da gibt's... Okay... Ich meine aber, da kommt noch was, aber gut. Äh, das war jetzt nicht das, was ich gemeint hab. How'd you wind up in Night City? I'm afraid my legal counsel has advised me not to answer questions of that nature. Okay. 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 Sollte eigentlich nur ein Testlauf sein, ich bin froh dass das nochmal alles funktioniert. Cyberpunknet spackt und der Rechner läuft. Oder ist das doch was anderes? Ach, das ist der Mönch, ja okay. Der Mönch, der Mönch und der Mönch. Würdest du wieder versuchen? Wie viel für eine andere? Das ist für dich zu entscheiden. Das sollte genug sein. Gut. Ich werde dir über dich während der Meditation. Das ist eine Meditation des Wasser-Elementes. Wir sind in der Bäume. Vor uns ist eine Waffe. Spirit of Water. Ich schreibe dir eine Waffe. 80% von der Blut ist von dir. Oh. Was ein Mysterium du bist. Spirit of Water. Ein Moment, du bist ein Leben. Der nächste, du bist ein Eis. Der nächste, du bist ein Eis. Der nächste, du bist ein Schnee. Vapen. Ein Moment, du bist hier. Der nächste, du bist du. Dimmst dich. Du bist in der Fall und du bist mit mir. Es sich einmal ausdenen. Denkst mich von schwern. Das nicht mehr, du bist. Das nicht mehr, du bist. Das nicht mehr, du bist. Die Welt und Intervention. Geern mir so. Ungekommen. Die Gesundheit. Das Neue, die mir, die Waffe, die Deutsch. Das Schяни, die Bedingungen im 19. Ich schreibe, die überweißte. Und das ist die Leiterung. Das ist der nächste, die Wirwärte. Wir machen uns nicht mehr. Wir machen die Welt. Wir sind Wasser. Wir sind diejenigen, die über die Wasserfläche flogen über die Wasserfläche flogen. Wir begrüßen Sie, Wasserfläche, mit unseren Gedanken, Körper und Säuren. Kein Leben ohne Sie. Wir honnen die Schönheit, die in Sie und die anderen Elemente. Okay, das war's schon. Ja, das ist glaube ich... Dann schließen wir die gerade noch ab und dann war's das. Für heute. Ich glaube, die Ursache meiner technischen Probleme wird erkannt sein, wie das Delman Fahrzeug ist mit einem vereinfachten KI-Kern ausgestattet, der für seine Autonomie verantwortlich ist, falls der Kontakt zu Hauptkern in kritischen Situationen unterbrochen wird. Wenn meine Einschätzung korrekt ist, dann haben diese KI-Kerne sich vom Delman-Netzwerk losgelöst und sind unabhängig geworden, sozusagen. Ich versuche noch herauszufinden, wie dies geschehen konnte. Deshalb meine Erklärung aber etwas zu unklar, da die Situation äußerst komplex ist, würde ich gerne eine Metapher verwenden. Dann stellen Sie sich ein menschliches Organ vor, dem es an lebensabwendigen Ressourcen fehlt und das zu Überkombinationen anwächst, wie bei einer Cardiomegalie beispielsweise. Leider handelt es sich um einen Fall... Leider handelt es sich in meinem Fall um eine Krankheit, nicht Evolution. Was ich dazu gekommen ist. Das tatsächlich die Frage... Zuerst vermutete ich, dass die zunehmende Komplexität der Software sowie ihr Bedürfnis nach Autonomie dazu führten, dass die Fahrzeuge Ipsofaktor unabhängig wurden. Dennoch ist ein Virus natürlich nicht auszuschließen, denn wie wahrscheinlich ist es, dass alle Fahrzeuge gleichzeitig betroffen wären. Ich analysiere derzeit einen Glitch, der auftrat kurz bevor der Kontakt zu den Fahrzeugen unterbrochen wurde. Vielleicht finde ich anderen eine Antwort. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich melde mich wieder. Ja okay, diese Gespräche führen jetzt aber auf die andere Quest, die noch kommt. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Wenn ich in der anderen Seite habe, der Niemann ist, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ups, ich dachte das schaffe ich noch. Ich habe das nicht gesehen, dass ich die Begrüßung habe. Was ist das? Was ist das? Du fühlst dich gut, ich hoffe. Natürlich. Warum? Was geht's? Ich bin nur auf dich an Joss' für ein Essen. Ich würde es lieben, wenn du bei dir bist. Was sagst du? Es wäre toll, zu sehen dich. Prima! Oder Joss' wird gefühlt. Das klingt gut. Ich habe dich vermisst. Du kennst. Bitte, River. Es ist nicht so lange, seit wir uns zu sehen. Das ist wahr, ich glaube. Insofern, du kommst, nicht wahr? Ich kommst, River. Bis zum nächsten Mal. Die Konturen von deinem Bewusstsein sind viel besser. Die Konturen von deinem Bewusstsein beginnt zu verbrechen. Du schaust in das hier und jetzt. Ich denke, ich beginne zu bekommen. Die Harmonie inneren ist wie nach Hause von einem langen Weg. Die Konturen von deinem Bewusstsein. Die Konturen von deinem Bewusstsein. Die Konturen von deinem Bewusstsein. Aber es gewinne zu fahren. Die Konturen von einem Wälder schlafen, wenn sie schwimmt. Was ist die Geräusche von einer Hand schlappen? Das dauert. Wer ist jemand schlappen mit dir? Ich will einen anderen probieren. Ja. Wie viel würdest du bezahlen? Will das genug sein? Ja. Du kannst beginnen. Ich werde dich guide. Das ist eine Meditation des Fire Element. Wir sind in der Bäume. Wir sehen die Räume der Sonne, die die Bühne verletzen, die in die Flamme schnauern. Spirit of Fire. Spirit of the sun, I send you greetings, you give beauty to all other things. I am you, and you are me. There is no life without you. From you I was created, and to you I will return. Spirit of the sun, primordial fire, burn all impurity from my body and soul, and the negative energy of negative people, worlds, and dimensions. Cleanse every cell of my body. Give me the energy of life, health, youth, wisdom, knowledge, strength, joy, and happiness. Give me lasting inner peace, so that no one may shake me from my sacred equilibrium. Through half-closed eyes, we absorb the sun's divine energy. Through our eyes, the energy of fire, of the sun, touches our heads and flows down through every organ, until it arrives at our toes. Each and every cell within our body, including the subtle and etheric, is replenished with the sun's energy. And from within us, light emerges. We are the sun. We thank you, spirit of the sun, element of fire with our mind, body, and soul. We thank you, spirit of the sun. Okay. Was that the last one? Or has there one here? Oh ne. Ich habe schon ein paar Worte mit den Atoms. Da ist mein Auto. Da hinten. Ne. Hatte ich doch hier stehen lassen. Hatte er mir mein Auto geklaut oder was? Ah das war die... Ne. Das war aber die Nebenmission mit dem Prediger. Ich weiß, dass das ein paar waren mit diesem Mönch. Aber... ... 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 Wir sind in den Händen, nach dem Peak. Wir spüren zwischen zwei Bouldern. Auf der ersten Bouldern sitzt ein Egel. Der Spirits des Air passen durch jede Fibre dieses Egel. Spirits des Air, Primordial Wind. Ich sende euch Grüße. Wir sind von einem Blut, du und ich. Du bist in mir, und ich bin in dir. Without dir, Leben würde ich noch ein paar Minuten dauern. So wichtig bist du für uns. Oh, großartig Spirits des Air, bitte. Lennst du mein Körper und mein Herz. Relinquiert die Angst, die Krankheit, die negativen Energie von negativen Menschen, Welt und Dimension. Dimm mir die Energie der Leben. Dimm mir die Gesundheit, Wissen, 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 Wissen und Wissen. Ich bin ein Egel. Der Wind schreit meine Wissen, wisse meine Wissen, wisse meine Wissen, wisse meine Wissen, in die Fibre des meinem Körper, in die Spiegel des Atom und Molekülen. Der Wind schreit die Körper, die Minder, und die Säule, und die Säule. Der Wind schreit die Höhen. Ich schwöre nach oben. Der Wind schreit die Höhen. Wir fühlen die Lichtigkeit, die Eure, die Freude. Der Wind schreit die Glück, die Friede und Wissen. Wir bedanken dir, Spirits des Heils, mit unserem Gehirn, Körper und Seele. Und er ist weg. At least, er hat etwas verlassen. Fuck, ich fühle mich wie ein Gehirn. Siehst du das? Hier war der Zen-Master. Hier. Poof! Vanished, wie das. The fuck are you talking about? Er hat mir gesagt, dass ich meditate habe. Es war irgendwie weird. Not my scene. Go and talk to Misty, if it bothers you. Ah, good idea. Ich bin hier immer meine Autos, ey. Aber wie gesagt, es gibt hier nichts mehr. Sonst... Okay, ne das mal... Den probiere ich noch aus. Ob ich den endlich abschließen kann. Aber wie geht es nicht ab. 있e nicht gern... Ja. iner Assim Tiste tuehmatter wurden. accidenteu- Nico? Okay. Okay. Come here. Del? Virus in my core. Damaged. Please. Please. Das war jetzt was ich meinte. Was ich dachte das vorhin schon äh Schon äh wäre äh oder käme. Ja. 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 Oops, nicht aufgepasst. Ich wollte ihn eigentlich da unten auf dem Parkplatz stellen, aber laufen hier alle im Weg rum. Genau, Gary, der Prophet. Das war das. Ich weiß nicht, ich habe ihm beim letzten Mal irgendwie ihr Geld gegeben, aber das hat irgendwie die Quest nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es gibt definitiv etwas primal über ihn. Die Cannibal-Claims cross the line, aber... Deny die Wahrheit all you want. Aber was sollst du, wenn der Pack dich unterteilt? Und die Grunde hinter diesen monstres Hörern? Years ago, ein Schiff von Alpha Centauri crash-landet in den Badlands. Lägen sagt, dass es eine Substanz überwacht wurde von der Vampire Elite in Arasaka. Es könnte Transformen Saburo's enemies into Werewolves fließt und verbauten zu seiner Wille. Aber die Krass... Du hast ein Problem mit Nomad, Freak? Better shut deine fatte fucking mouth, bevor ich dich sechs Meter unterteile. Du kannst meine Böden, aber du kannst nicht stoppen die Wahrheit. Du kannst nicht die Leute denken, dass wir Werewolves sind? Das ist gar nicht so schwer. Vielleicht die Backers lieben die Kinder, aber ich werde nicht mit diesem Schiff. Oh, lass mich mal, ein Kind sagt dir, dass du ein Gunk bist und du schäust schlecht, und du schäust über das auch? Dieser Mann hat sich über die Hölle, Vampire und Necromancer aus dem Raum. Du wirklich glaubst, dass er derartigartig schäuert unseren Rep? Na klar, dieses Gehirn ist sicherlich nicht auf alle Cylindern. Ah, mach es. Ich werde nicht mehr Zeit auf einem Strecke. Das war knapp. Sie sind nicht so gefährlich als in der Sonne, aber es könnte noch nicht enden, dasselbe. Vielen Dank für Ihre Frage, obwohl ich könnte es ohne die Möcke haben. Kein Problem. Ich meine, wer wird mir sagen, dass wir die Mars-Landung verletzten, wenn ich sie schlafen? Du hast keine Vertrauen in meine Worte, oder? Du denkst, dass ich nicht wissen, wenn ich mich verletzt bin? Wenn sie mich für ein falsches Profit nehmen? Es ist schwierig, deine Interpretation zu nehmen, aber es gibt ein wenig Wahrheit in was du sagst. Manchmal sogar mehr als ein wenig. Du siehst es auch! Du weißt, dass hinter einem Vellenturmhauten lehrt creatures aus unseren Nachtmärkten, aber du weißt, dass du es glaubst! Wenn du, ob du ein falsches Zeichen für dieses Grand Kosmische Plot hast... Ich mache! Heute Morgen! Sie sind in einer alten Fabrik in Kabuki, um zu verabschieden etwas wichtiges zu tun. Das ist wichtig! Observe sie! Siehst du diesen Artikel, diesen Artikel Alpha Centauri Alpha Centauri! Du siehst, dass ich richtig bin aus dem Beginn! Warte, 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 warte. Wie wissen Sie denn das Thema? Siehst du das Thema? Siehst du das Thema? Siehst du das Thema? Siehst du das nicht, dass es sich nicht aufzunehmen, richtig? Siehst du nicht! Ich habe das Thema in meinem Kopf! Ich weiß nicht, wie mein Ripper-Duck hat seine Hand auf ihn. Aber dankbar zu diesem, ich kann sie hören, siehst du sie und schiebungen. Wenn du mir helfen kannst, wir können diese Planeten zusammenleben! Okay, wir sehen was ich tun kann. Danke für den Tipp, ich denke. Du musst nicht zu kurz intervenieren, oder zu kurz! Alles kann verloren werden! Der Geist der Menschheit ist auf deinen Schultern! Geh nicht uns runter! Geh nicht mich runter! Keine Druck, habe ich? Okay! Okay, The Prophet Song! Alles klar! So, das hat jetzt funktioniert! Hier hat dich neulich aufgehört! The Prophet Song! Ah, ich glaube da muss ich aufs Dach klettern! Ne, das ist mein Autor! Ah, da steht's ja! Ah, da steht's! Ah, ich glaube da steht, also hier was... Da steht's nicht unter, Dich, Dich! Dich! Dich, Dich! Das ist mein Autor, meinst du! Oh, das ist mein Trailer! Ups, das war ein bisschen zu dicht. Ah, falsch abgebogen, falsch abgebogen. Shit. Ah, falsch abgebogen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Guck, ich speichere mal. Und da geh ich einfach mal hin und guck mal was passiert. Siehst, wenn du halt ausschaue, aber... Okay, okay. Ich kann also nicht mit denen reden. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay. 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 Wie komme ich da hin, ohne dass sie mich bemerken? AhFuck. Okay. Okay. Ja, der Truck ist da so ein bisschen, beziehungsweise der Pickup ist da so ein bisschen zu... Komm schon, lass mich einsteigen. Sehr gut. Wir sind zusammen! Ich war mir für Green Blood. Leben ist wirklich nichts, aber eine Endless-Dissappointe. Ich frage mich, was unser Profit wird über diesen Schiff erzählen. So, ich wusste, dass da mit Gary, dem Propheten, irgendwas noch war. So, ich wusste, dass da mit Gary, dem Propheten, was ich. So, ich wusste, dass da mit Gary, was ich? So, ich wusste, dass er ein Schiff ist. So, ich wusste, dass er ein Schiff ist. So, ich wusste, dass er ein Schiff ist. So, ich wusste, dass er viel zu wissen ist. Er ist ein Schiff zu ihm. Jetzt bin ich ein Schiff für ein Monument, in seiner Höhe, um erinnern zu sein, und die Gefäden des Alpha Centauri. So, ich wusste, dass er ein paar Eddies hat? In Liebe und Erinnerung? Ah, warum nicht? Gary hat seinen Grand fucking Monument gewonnen. Mach das, bevor ich meine Gedanken mache. Ich weiß nicht was zu sagen. Gary wird so touchiert. Ich habe diesen Schiff hier. Glaubst du mal schauen? Gary hat gesagt, dass du an unsere Schiff hast. All right, zeig mir. Ich erzähle dir was ich weiß. Jesus Christ, hide so schnell! Niemand kann wissen. Entschuldigung? Honey, was ist das? Was ist das alles? Gary wusste, dass es passiert. Sie sind hier, um uns zu der Willen zu machen, um uns zu machen, um uns zu machen. Oh, calm dich. Wer ist das? Die Techno-Necromancer? Und lo! They shall descend upon the Earth unseen, the sky shrouded in darkness. That's what he said! Night's coming! The eternal night! And so ends the epic saga of discovering secrets of paranormal beings. What's this story taught us? Offene Endsenscheiß. The lack of closure sucks. I don't disagree, but I had something else in mind. Some people know more than others. They hear the private conversations of the world's elite. And what do they do with that knowledge? They invest all their time reinventing age-old fairy tales. Where is your sense of imagination? I choose to believe that we narrowly avoided war with vampires and aliens. Don't we all? Vampires, aliens, reptilians. All captivating. Romantic, even. Truth, on the other hand, is brutally mundane. Its corpse pulling the strings. Twisted bastards skezzed out on their power fantasies. Think that's what we saw? Shady Corpo Biz? No doubt about it. They are the world's real bloodsuckers. Them. And always them. We demand justice for Project Gary! Schade. Ich dachte wir können jetzt vielleicht noch mit für Gary auf Rettungsmission gehen. Das wusste ich jetzt nicht mehr genau wie es ausging. Ich hab jetzt eigentlich alle Aufträge so. Nebenquests hab ich zwar noch einige. Aber machen wir auch mal. Machen wir zur Abwechslung mal ein bisschen Main-Quest weiter. Und jetzt هي noch mehrкон windingiron einer Life. Erst auf die Musik im ersten這是. Und jetzt Imperialgeräusche. Und jetzt ist das nach illustrations. Schade. Wie machen wir mal? Dieser Therm might delay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wo... hier haben wir was. Und? Done. System's ours. The shard works. Good. The easy work we have done. To break into Arasaka Industrial Park will not be such a bed of roses. But before we discuss that... Sit. I have not eaten since yesterday. Give me the best on the menu. I highly recommend the yakitori today. Anything that isn't local, please. See you tomorrow. I can't believe I'm saying this, but this Saka scum might actually prove useful. He's a well-trained dog. Needs orders, that's all. And when he outlives his purpose, we'll flatline him. Chill, Johnny. He's Saka scum to you. I know that. But Goro's not a bad guy. Not a bad guy. He was Saburo fucking Arasaka's bodyguard. Think his pretty eyes landed in that gig? What is this? Hey, yakitori. Okay, I have laid the plan. It tastes nice. One. We break into Arasaka Industrial Park. One and a half. We hack Hanako-sama's float. Two. During the parade. With my help. You eliminate any snipers. Three. I get onto the float. Four. I convince Hanako-sama of the truth. It's your elaborate seppuku ritual? What? Why? Far as I can see, you're trying to get us killed. Really like to know why. The risks are substantial, yes. Aber wir haben keine Wahl. Hanako-Sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren, wie ich mache. Ich sehe es in deinen Augen. Jetzt, wir partieren. Reconneissance ist notwendig. Was machst du? Nicht los. Du bist ein stranger in ein strange Land. Ich gehe mit dir. Mhm, das stimmt. Und du mit deinen Händen, Händen, Händen wie ein Thief. Agreed. Das werden wir gemeinsam machen. Kuck! Louder! Louder! Jorinova. In the flesh. Ohne! Jorinova. Jorinova. A Faktor! Jorinova. Das war der Schwimmel. Jorinova. Jorinova. Eine Empkäre zu Ende. Bevor Yorinobu sette fire to it from the inside. All of this began with him. The factions, power struggles, all of this. KUSA! Where's Yorinobu's rebellious streak come from? No one knows this. Perhaps soon I shall ask him, in person. Got factions inside Arasaka? What are they? There are three. Kiji, Hato, and Taka. Kiji longs for stability, the old order. They are united behind Hanako-sama. The liberal wing, Hato, support Michiko-sama, Saburo's granddaughter. I know little about her. And then there is Taka, treacherous thugs who support Yorinobu. Not to mention even smaller factions. Tell me about him some other time. We're not gonna do something like this. Just be careful with doing something. We're not gonna do something even worse. Ich wollte mein Essen mehr fertig essen, jetzt labert er wieder ewig. Der seins nicht will, können wir das auch nur essen? Wie hat Saburo toleriert das alles? Ich kann meine Hände um es. Ich hätte seinen Kind auf einen kurzen Weg gehalten können. Arasaka-sama war ein starker und disziplinierter Mann. Der stärkste Mann, den ich noch nie gesehen habe. Und zwar, in einem kritischen Moment, er hat eine Wege gezeigt. Für Yorinobu. Für seine Frau. Für seine Frau. Als Yorinobu hat seine Band of Hounds gegründet. Er hat seine eigene Familie auf den Krieg. Arasaka-sama hätte ihn mit einer Krieg. Aber er hat nicht. Denn er hat seine Frau nicht gegründet. Als Yorinobu zurückgekehrt. Er hat ihn zwischen seinen Legern. Er hat seine Vater gegründet. Er hat ihn eine zweite Chance gegründet. Er hat er, dass Hanako-sama gegründet hat Yorinobu. Er hat ihn mit seiner Konsequenzen. Er hat ihn gegründet. Er hat ihn gegründet. Er hat ihn... Aber wir werden das bald wiederholen. Willst du mich mitnehmen? Klar, warum nicht? Wir gehen von hier. Ich hoffe, dass du es genutzt hast. Bitte, wiederkommen! Sodass und Plastik. Komm! Ich habe einen guten Ort gefunden. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Ich dachte, er wäre schon auf der anderen Seite vom Zaun. Wir müssen hier einfach hochladen. Jetzt, hierher. Fortuna schreit zu uns. Es scheint, niemand ist hier heute. Ich würde es sagen, das ist ein schönes Gesicht der Stadt. Wenn... Wenn? Wenn es etwas gibt. Halt Night City so viel? Hm. Vielleicht, ich bin einfach homesick, wie du sagst. Jetzt, du musst nachvollziehen. Wirklichen. Während ich zu denken, eine Diversion. Arasaka kann nicht herausfinden unsere Intentions. Ein bisschen Sabotage ist nur was wir brauchen, um ihre Intentions zu verbrechen. Sie haben die besten Aufmerksamkeit. Ich werde hier versuchen. Das alte Schäupte ist gut für etwas. Wir beginnen. Oh, can you run and grab us a pizza? Take out the food? No, just no. If I had time and ingredients, I would prepare some onigiri with cod, or with grilled salmon. No, even better. With umeboshi plants. Mm. Mm, Arasaka-sama's favorite appetizer. Simple, tasty and filling. I found him chewing once. Fried on his face. It was a protein bar. Subaru Arasaka with a protein bar. Get out of here. Like a true soldier. Okay, enough. Or we'll both grow hungry. Yeah, I'm already hungry. Let's do this. Foot bridge. But it's guarded. We will use it to enter if there's no other way. Transformer by the wall. See it? Looks like a service tunnel by the road there. It could lead to the warehouses. Antenna. Security hub's liable to be in that building. Perfect for sabotage. This is not bad. Pipes. See them? We could use them to get inside. Camouflage turrets by the gate. A last resort. I do not wish to die there. Trucks drive up regularly. Are we to hijack one? Think I've seen everything. Do you see the three antennas? Perfect for sabotage. Once they lose communications. So, we going in? Is this what you said before entering the Kampiki Plaza? I wish to be certain. We have not overlooked anything. We should wait and observe. If nothing out of the ordinary happens, then yes, we going in. Sounds sensible. Better get comfy. B. What? No sudden movements. Do you see it? Zakyat? Fine-looking feline. Thought they'd all disappeared from the city. It is the first animal I see in Night City. Except cockroaches, of course. First it was birds. Then dogs. Cats actually put up a fight longest. Perhaps it is a bakeneko. A bakeneko? What's that? It is a cat spirit. It brings misfortune. It can restore the dead back to life. Believe in ghosts? The relic let you talk to the dead, does it not? I believe we are past belief. My grandmother knew many, many stories about Kitsune, Kappa, bakeneko too. Miss home? A foolish question. I am from the slums of Chiba Eleven. Once when I was desperate to leave there, I... I am from the slums of Chiba Eleven. Meine Kindheit. Mal sehen. Rennen meine Bobber für die erste Mal durch die Hände. Oh, und, äh, der erste Besuch in der Mitte einer Synth-Kornfeld. Ich erinnere mich die Chemikalische Stench des Kanals, wo wir die Jungs verhörten unsere Hände. Corporate Transporters manchmal durch unsere Schlag. Arasaka selecting children, but only the clean ones. Transporters, you say? Armored and armed. Chiba Eleven has the most murders in all Japan. It probably still has. What'd they need kids for? To be corporate soldiers. When they chose me, I felt I had won the lottery. In the army, I was given everything I lacked before. Discipline. Regular meals. And when I proved I was gifted. An education. So how's a corporal rookie go from cleaning latrines to being Saboro Arasaka's bodyguard? The highest grades at the academy. Service in the special forces. And Arasaka-sama's unmatched eye for talent. You're not saying Saboro fell for you at first sight. To make the right decisions with imperfect knowledge. That is how you become the world's most powerful man. 100 candidates standing at attention. And Arasaka-sama looked into each of our souls and chose the one who would serve him best. Did what you had to to keep from going hungry. I sense that you judge me. And yet you have no right to. Unlike you and your friend, Mr. Wells. I was not arrowhand. I did not take the easy path. Slimming away for a corp. Not exactly everybody's dream. Oh, yes. Because thieving is so much more honorable. At least I'm not fleecing this planet and its people in the name of profit margins. Corporations need capital and resources to keep all in order. Who else is to rule? Corrupted governments? The masses? Attachments to the leaders? I wanted to say. That's right. That's right for Johnny's challenge and dance if he's playing the company's words here. Subtly. This is true. You already forget what happened at Tom's Diner? People hate corpses more than anything. Can't blame him either. Got some regrets, but... Equipment for Marasaka ain't one of them. Sometimes I wish to become a nomad. To leave this world. Forget everything. Nomads aren't lone wolves with egos. Whether they're blood or not. Family comes first. Yes, but we need not quibble over details. Do you know what I think? What's that? That day in Kompeki, we both have lost someone important. And we are not at peace with this. So we seek conflict. Argue eagerly. Don't be smart. Got no idea what I feel. There's one thing you should know. It is about Mr. Wells. About Jack? What is it? When I set out to find you, others went to find Jackie. They took his body. For the life of me, can't figure why. So his mom couldn't give him a proper send-off? Arasaka has a method for pulling information from the dead. What are you talking about? Don't ask for details. I understand little. I know they use the soul killer program to do so. They can pull an engram from Wells' body. Damaged. Incomplete. But still an engram. Motherfuckers. Evil. Jackie's psyche. Where are they keeping it? This, I do not know. Why am I only hearing this now? I did not know I could trust you. The circumstances have changed. Bakaneko got sick of us, looks like. It will find its own way. As will we. I think it is time to do something. Getting worse. You do not look so bad. You do not look so bad. There is a shadowulf in the light. I should know. There is two... You do not look so bad. There is a shadow. That is a shadowulf. You just move on. I think he is a shadowulf. Ich werde dich in Bezugreifen. Die Diversionale Reaktion, das ist mir zu tun. Wanderlaster. Die Diversionale Reaktion, das ist mir zu tun. Das habe ich glaube ich am letzten Mal auch nicht gemacht und das wäre halt mal ganz cool. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Der war es nicht. Der ist doch jetzt auch da gerade reingefahren. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Was ist denn da? P1 Autosave Sp2 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 Da kam der von da hinten, ich weiß nicht mehr. Ich meine da hinten ist doch irgendeiner gerade eben reingefahren. Zur Not versuche ich eben nochmal einzubringen. Ich glaube das war beim ersten Mal auch ein Problem. Ich habe irgendwie nicht gefunden welcher Laster oder Truck oder was auch immer das ist den ich da klauen soll. Und ähm... Ja. Ja. Was ist das? I'm in. Good. Now try to enter the warehouse. I will draw their attention away. Yes. And an officer. An officer who works at her garden and has a warehouse near my hand. You have to make duty. And the children will have to make duty. It's all a time. Everything burns. Everything burns. Oh shit. Sprung zu weit. Hätte ich vielleicht mit Anlauf probieren sollen. Ich dachte ich kann von dem einen Dach auf das andere Dach. Und müsste dann nicht unten durch. Ja durch den. Ach sag mal. Über den Platz da laufen. Aber ja von hinten ist auch ein weiter Weg bis da rüber. Also äh. Okay. 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 Aber knapp, das könnte funktionieren. Aber knapp, das könnte funktionieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wer will take care of my mama? Schade, ich dachte, äh, der empfährt mir jetzt hier die, äh, die Absperrung runter und ich kann durch. Das war wohl der Laster. Oh, komm. Ah, das war knapp, aber hat gelangt. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Proceeding to secure the area. 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 Das ist sick. Oh, 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 oh. Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht von hier aus irgendwie die Tür öffnen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, come schon. Es ist mein turn. Kannst du sehen? Der Ruhk ist Chaos. Even der Ruhk ist es langsamer. V, der Ruhk ist dein Ruhk. Da sind die Gebäude verbreiteten. Die kleineren, benutzen sie um sie nach unten. Wir haben Probleme. Ja, komm. Komm her! Hand weg, ich kann das sehen. Ah, Baneer. Ja, es ist mir ja egal, aber ob ich jetzt entdeckt würde oder nicht, die Mission ist ja erledigt. Es war ja auch nicht Stealth vorausgesetzt. Ich habe aber keine Lust, mich hier noch ewig rauszuschießen. Es ist meine turn. Kannst du sehen? Terrible chaos. Even the roof is slowly. Me, that roof, that is your way up. Your buildings are up. Smaller ones, use them to come down. Go and investigate. Careful, she's in here somewhere. Um. Guck, 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 guck. I am taking fire! Travel clock! Goddamn terrorist! You fucking worked! Not bad! Excellent luck, B. Okay, what now? Now we retrieved into the shadows and arm ourselves with patience. I will contact you before the parade. Until they try not to jump into any more trouble. But... I'm calling you, I don't want to. Okay. 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 I'm going to read now. I'm already running away. I'm going to read now. I'm already running away. I'm already running away. Wir müssen noch 5 Cyber Psykos fangen. Ja warum nicht? Machen wir mal noch mit deinem Cyber Psyko weiter. Soll das ja, ich werde. Und jetzt werden wir nur noch einmal mit deinem Cyber Psykos. So, dass der Regen nun nicht endlich aufhört. Es hat vorhin schon so geschifft hier. Ich dachte gerade, kurz war die Animation weg. Deswegen dachte ich hätte vorher meckern sollen. Wenn es dann so abrupt verschwindet. Ach, kann man, wenn man es richtig seine Karten ausspielt, auch mit Takemura anwandeln. Nein gut, dafür habe ich mich glaube ich vorhin zu viel geäußert, was er nicht mochte. Aber wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Auch wenn man gerade von Takemura einen Korb gekriegt hat. Ne, also irgendwie scheint es hier in manchen Straßen nicht zu regnen. Oh, 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 verbremst. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da habe ich hier irgendeine Leiche noch nicht abgescannt und die fehlt noch oder sowas. Kann natürlich auch sein. Also hier bin ich schon aus dem Suchgebiet nochmal raus. Ah, der hat noch einen, das habe ich gesucht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich merke hier gerade, dass ich hier viele Gespräche noch nicht zu Ende geführt habe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wo ist denn Regina? Ah, da ist Regina Jones hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie haben die Autos hier runtergekriegt? Wie auch die Treppen runtergefahren oder was? Komm eh. Schade. Schade. Ich brauchte nur ein bisschen Schwung. Aber wenn ich gerade schon mal in der Nähe bin, machen wir das noch so zum Abschluss. Und obwohl ich jetzt glaube, dadurch, dass ich die Hauptquests davon schon erledigt habe, ist das wohl Forever Stuck. Ich meine, ich habe das ja schon mal, habe mir ein paar Mal gesagt, mit dieser Mission und die Spoods are made for walking. Die funktionierte ja auch in der Weile. Und dann irgendwann kam ich mal hin und es ging dann auf einmal nochmal. Und deswegen hoffe ich, dass es mit ihm halt auch irgendwann mal so ist. Aber heute ist wohl nicht der Tag. Okay. 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 Ist noch irgendwo ein Auto, das ich mir leisten kann? Ja, für den müsste ich noch ein bisschen sparen, habe ich erst die Hälfte, aber gibt es noch der 92.000 kann ich mir auch nicht leisten, der hier 75.000 kann ich mir auch nicht leisten, den können ich mir leisten, dann will ich aber nicht, den auch nicht, ich habe ja so einen ähnlichen schon, warum soll ich mir noch mal einen kaufen? Und so einen habe ich auch so einen ähnlichen schon, ist noch irgendwo eine Cyberpsychoattacke in der Nähe, Psychokiller, ach so, muss ich auch noch 4 machen, ne, dann war es das für heute ein bisschenbören, das ist nicht ganz schön, aber ich habe ja noch immer noch, ich kann vielleicht noch mal ein bisschenversichend machen, wie ich jetzt noch ein bisschen, wie mal wieder einmal aber noch vollkommen, weil das ist nicht so einfach, dass ich noch Untertitelung des ZDF, 2020